Effenberg schwärmte von Kovac, auch interessant kostenlos anmelden, Eurosport News per WhatsApp, Nico ist authentisch und wird da perfekt reinpassen. Das ist menschlich ein überragender Typ. Die Bayern haben immer die Chance, die Champions League zu gewinnen, mit Nico Kovac werden die Chancen darauf nicht kleiner, sondern größer. Die Bayern hatten am Freitag bestätigt, dass Kovac nach der Saison als Trainer auf Jupp Heynckes folgen wird. Der 46-Jährige kommt von Eintracht Frankfurt und erhält einen Dreijahresvertrag. Video so noch nicht erlebt, Kovac erklärt seinen Bayern-Wechsel.